Musik Wie ich zum ersten Mal nach Tirol gekommen bin, da hat das bei mir eingeschlagen wie ein Blitz. Das ist für mich der schönste Platz der Welt und ich will das den Menschen auf der ganzen Welt zeigen, wie schön sie ist. Das Vergnügen hat seinen Preis. Auch wenn Gemahl Bernhard Fisch das Tiroler Experiment seiner Gattin wohlwollend unterstützt, so zählt man doch auf finanzkräftige, fördernde Mitglieder. Mindestspende 20.000 Schilling. Immerhin leiht Lord Yehudi Menuhin seinen Namen dem Verein Kunst und Künstler in der Villa Schindler als Schirmherr. Die Konzerte sind für jedermann zugänglich. Eintrittspreis 600 Schilling. Das intime Gesamterlebnis Villa inklusive. Morgen um 20 Uhr ist die nächste Gelegenheit. Amen. 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 Amen.